Und das ist die erste wichtige Erkenntnis, diese Wichtigkeit der Zeit. Die Wichtigkeit der Zeit, der wir uns nicht bewusst sind. Und der Beweis, dass wir uns der Wichtigkeit der Zeit nicht bewusst sind, ist unser Umgang mit dieser Zeit. Und wir hatten bereits bei der Freitagspredigt schon einige Beispiele genannt von den Zellef, wie sie mit der Zeit umgegangen sind. Wie sie mit der Zeit umgegangen sind. Wir sehen aber, dass diese Leute, dass die Zellef, den Wert der Zeit kannten. Und immer wenn du den Wert einer Sache kennst, dann gehst du auch mit dieser Sache genauso um. Und die Sache ist für dich teuer. Wenn aber die Sache in deinem Leben keinen Wert hat und du den Wert nicht erkennst, den Wert einer Sache nicht erkennst, dann wirst du auch was? Dann wirst du auch diese Sache nicht richtig nutzen und sie für geringschätzen. Wir sehen beispielsweise, dass Yusuf a.s. Und wer war Yusuf? Was ist Yusuf? Ein Prophet. Als Yusuf a.s. verkauft wurde, was sagt Allah subhanahu wa ta'ala im Koran? Und sie verkauften ihn für einen billigen Preis. Obwohl er was? Ein Prophet ist. Traib, hätten sie gewusst, dass er ein Prophet ist? Hätten sie ihn für einen billigen Preis verkauft? Nein. Aber sie waren sich über seine Wirklichkeit nicht bewusst. Und so haben sie ihn für einen geringen Preis verkauft. Warum? Weil sie sich seinem Wert nicht bewusst waren. Und genauso auch wie mit der Zeit. Da wir den Wert dieser Zeit nicht erkannt haben, gehen wir mit der Zeit so um und verkaufen sie für den billigsten Preis. Eine Person möchte mit uns einkaufen gehen, shoppen gehen, einen Film schauen, telefonieren. Man sieht viele Leute telefonieren Stunden. Täglich. Sie können nicht einschlafen, ohne dass eine Person am Telefon ist. Wenn sie aufwachen, müssen sie jemanden anrufen, telefonieren, Zeit verbringen. Der einzige Grund, warum diese Personen das machen, ist, warum? Weil sie diesen Wert der Zeit nicht verstanden haben. Weil sie den Wert der Zeit nicht kennen. Aber würden sie den Wert der Zeit kennen, dann würden sie auch was? Diese Zeit nutzen. Und sie nicht für das Billigste vom Billigsten verkaufen.